Meine Damen, meine Herren, Ahoi und herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich sehr, dass ihr in eine neue Replay-Folge zum Spiel Cash auf dem Amiga eingeschaltet habt. Bei der heutigen Folge handelt es sich um die Fortsetzung der Partie, die ich in der letzten, d.h. der vierten Folge angefangen habe. Ich habe dort vom 01.01.1990 bis Ende Juni 1990 gespielt. In der heutigen Folge werde ich jetzt vom August bis Dezember 1990 spielen und ich empfehle euch mit der letzten Folge anzufangen, bevor ihr mit dieser Folge hier anfangt. In der letzten Partie habe ich meine Strategie geändert. Anstatt zwei langsame, kleinere Schiffe mit jeweils 50.000 Tonnen zu kaufen, habe ich mir das schnellere Schiff mit 75.000 Tonnen gekauft. Das war zwar teurer wie beide kleine Schiffe zusammen und die Lieferzeit betrug 13 Tage, bei dem ich verdammt war, nichts zu machen, aber am Ende hat es sich ausgezahlt. Ich bin erfolgreich in das Spiel gestartet. Bevor wir weiterspielen, eine kleine Zwischenbilanz. Der aktuelle Kontostand meines Privatvermögens liegt bei mehr als 450.000 Dollar, das Vermögen der Firma bei mehr als 11,5 Millionen Dollar. Ich verfüge über zwei Schiffe, die Auriga, das besagte schnellere Schiff und neu hinzugekommen ist die Sparrow, ein langsames Schiff mit 50.000 Tonnen. Die Sparrow ist beladen mit Kupfer auf dem Weg nach London und die Auriga hat Bauxite an Bord geladen und befindet sich auf dem Weg nach New York. Wie ihr sehen könnt, läuft es gar nicht mal so schlecht und ich schlage deshalb vor, dass wir direkt weiterspielen. So, wir sind in London angekommen. 66, jawohl. Das ist auch ein guter Preis. Machen wir. Und wir fahren mit dem Schiff jetzt wieder von London nach Freetown. Was macht der Preis hier? 51, nicht gut. 30 Dollar für Bauxite. Der ist guter Preis. Wird verkauft. Das hat sich gelohnt. Und wir fahren mit dem Schiff jetzt hier nach Georgetown. 6. Juli. Nickel 15, jawohl. Super Preis. Und damit fahren wir jetzt mal wieder nach Marseille. Auch 15 Dollar. Perfekt. Kaufen wir auch ein. Und mit dem fahren wir jetzt nach Hamburg. 9. Juni. 12. Die Auriga ist angekommen. 48, perfekt. Wird verkauft. Und wir kaufen Bauxite. Das verschiffen wir jetzt nach London, würde ich mal sagen. Oh, ich habe ja vergessen, mein Geld zu investieren. Schaut mal. Mein Gehalt. Dann machen wir das schnell noch. 14,20 Dollar. Maximum 32 Aktien. Perfekt. Gut. Es wird Zeit für ein weiteres Schiff, würde ich mal sagen. Und zwar nehmen wir auch hier wieder so ein Schiff. Ein schnelles Schiff. Oder sparen wir noch ein bisschen? Na. Ne. Wir nehmen dieses Schiff hier. Und dieses Schiff nennen wir jetzt Auriga 2. Perfekt. Kann ich noch irgendwas machen? Nein. Alles ist unterwegs. Kleiner Check. Jawohl. Also. Dann schauen wir mal. Können wir hier Bauxite verkaufen? Nein. Können wir nicht. Der Preis ist schlecht. Aber der Kupferpreis ist hier gut, wenn ich ihn verkaufen möchte. Dann fahren wir mit dem Bauxite. Ja, wohin? Das ist jetzt eine gute Frage. Nach New York. So. Das Fotoschiff. Ach. Auch das lohnt sich jetzt gerade nicht. Mist. 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 Was machen wir? Wir lagern es ein. Okay. 50.000 Tonnen. Und fahren von Hamburg. Ja, wo fahren wir wieder hin? Moment. Ich breche hier wieder ab. Was macht Grönland? Lohnt sich noch nicht. Aber ich fahre da jetzt mal hin. Es lohnt sich schon. Aber es gab größere Gewinnmarschen in der Vergangenheit. Kann ich noch irgendwas machen? Nein. Dann wäre nicht den Tag. So. Bauxite. 10 Dollar. 2 Dollar. Soll ich es machen? Und es geht nach Rio. Wir brauchen Kupfer. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl. Jetzt hat es sich gelohnt. Verladen. Und mit der Sparrow Farmer nach London. Die haben nämlich 66 Dollar geboten. Und die Auriga U43. Aber gut. Es lohnt sich trotzdem. Denn ich fahre damit wieder nach Rostov. So. Ei, ei, ei. Zu wenig Kapital für die Bezahlung des Schiffes Auriga 2. Es werden 3,24 Millionen Dollar von ihrem Konto abgebucht. So. Das war jetzt scheiße. Was ist passiert? Ich habe kein Schiff. Habe aber eine Strafzahlung zahlen müssen. Die 3,2 Millionen, die er gerade gesehen hat. Nur weil ich nicht genug Kapital auf meinem Konto hatte. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Verdammt. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay. Wir sind in London. Wir verkaufen. Das ist echt doof. Das ist echt ein Rückschlag. Da ärgere ich mich jetzt. Könnt ihr es verstehen? Dann errichten wir mal hier auch eine Zweigstelle. Und fahren mit dem Schiff von London. Ja, wohin denn? Wir kaufen Kupfer. Und zwar die gesamte Menge. Hier. Geht das? Wir lagern es ein. Perfekt. Das war jetzt gut. Bei dem Preis auf jeden Fall. Damit habe ich die Schwarte, glaube ich, wieder ausgewetzt, die ich jetzt gerade erlitten habe. Okay. 30. Ist ein Schiff irgendwo zu sehen? Nein. Doch. 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 Hier. Ha. Sehr gut. Die Sparrow haben wir hier. Ich habe vergessen. Die Sparrow-Teen. Das ist doof. Drei Tage verloren. Dann fahren wir mit der Sparrow nach Freetown. Ja, jetzt werde ich echt abgehängt. Simulator 5, 22,95 Millionen Umsatz. Simulator 1, 17,43 Millionen Umsatz. Und ich, da können wir mal gucken, hier in der Bilanz. Und zwar Monatsabrechnung. Ich hatte einen neuen Umsatz von 13,2 Millionen. Leider, leider. Also, diese 3 Millionen, die haben jetzt echt wehgetan. Gehen wir mal wieder zurück. Kann ich irgendwas machen? Jawohl. Kupfer, 67. Wird verkauft. Perfekt. Und kaufen wir irgendwas? Bauxite? Nein. Ist zu teuer. Aber wir fahren nach Marseille und kaufen dort Bauxite ein. So. Hier sehen wir die Preise. Da lohnt sich nicht, Bauxite zu verkaufen. Lohnt sich hier wieder Bauxite? Auch nicht. Leider kann man nicht in den Hafen hinein, um eine Zweigstelle zu errichten, wenn man kein Schiff vor Ort hat. Gerade. So, Marseille. Also, Nickel 48 Dollar. Das ist ein guter Preis. Wir kaufen Bauxite. Leider gibt es nur 68.000 Tonnen. Mehr nicht. Egal. Und jetzt ist die Frage, wo bringen wir es hin? Da lohnt es sich nicht. London lohnt sich nicht. Was ist hier in Grönland? Da kann ich auch kein Bauxite verkaufen. Was mache ich jetzt damit? Hm. Ich fahre nach London? Nein. Ich fahre... nach New Orleans. In der Hoffnung, dass ich dort das Bauxite verkaufen kann. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ob das der Fall ist oder nicht. So, wir sind in Freetown angelangt. Und wir kaufen hier wieder Nickel. Und das bringen wir jetzt nach Machseille. 48 Dollar ist der Verkaufspreis. So, kann ich jetzt hier Bauxite verkaufen? Nein, aber Kupfer für 75. Das ist ein guter Preis. Gut. Also. Von New Orleans geht es wieder nach New York. Was macht hier der Kupferpreis? Na, nicht so attraktiv. Oh, schaut mal. Ich muss ja noch mein Gehalt in Aktien investieren. Dann mache ich das doch. Denn bald sind keine Aktien mehr verfügbar. Dann werde ich auch umsatteln. Zwangsläufig. Und es geht weiter. So. Bauxite. Auch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Lohnt es sich hier, eine Zweigstelle zu errichten? Ich weiß es nicht. Aber verkaufen möchte ich es hier nicht. Das wäre ja echt kein gutes Geschäft, oder? Dann fahre ich mal nach. Detroit. Zumindest kann ich hier. Oh, Bauxite 20. Da hätte ich mal hinfahren sollen. Zumindest kann ich hier Nickel verkaufen. Das war schon mal gut. Und ich fahre mit meinem Schiff. Wo fahre ich denn hin? Noch mal Nickel kaufen. Ich glaube, es lohnt sich langsam wieder nach Murmansk zu fahren. Das kann ich machen. Nichts. Okay. So. Verdammt. Auch hier kriege ich mein Bauxite nicht los. Das gibt es doch nicht. Wieder zurück nach New York. Jetzt verliere ich echt Geld. Dann verkaufe ich es jetzt. Ist egal. Warum? Ich muss hier hin. Denn ich kann Kupfer hier perfekt verkaufen. Was macht der Preis? 35. Jawohl. Ich kaufe noch mal ein bisschen mehr. Ich kaufe jetzt auch noch mal die 90.000. Das lohnt sich. Nickel lohnt sich immer noch. Perfekt. Und das Schiff geht jetzt nach Murmansk. Und jetzt mache ich den Reibach. Also. Wir verladen. Und das bringen wir jetzt hier nach Detroit. Die wollte nämlich 71 Dollar zahlen. Angekommen. Perfekt. Und wir verkaufen es. Das war jetzt echt gut. Das war gut. Nickel kann ich hier kaufen. Das lohnt sich. Wie ist der Preis für Nickel in Hamburg? 48. Gut. Also. Auf nach Hamburg. Und was macht der Nickelpreis? 33. Na ja. Ist okay. Ist das Doppelte von dem was ich gezahlt habe. Machen wir. Also Verkauf. Lohnt sich hier irgendwas mitzunehmen. Bauxit kriege ich momentan nicht los, oder? 8. Und 8. Was ist in London? 4, um Himmels Willen. Ne, lohnt sich nicht. Dann fahren wir hier und holen uns wieder Kupfer. Wir haben ja 85 Tonnen auf Lager, das habt ihr gerade gesehen. Und wir beenden den Zug. Also, Simulator 1 hat einen Umsatz von 20.200.000 Dollar gemacht und Simulator 6 hat einen Umsatz von 16.650.000 Dollar gemacht. Was haben wir gemacht? 14,877 Millionen. Gut. Gibt Schlimmeres. Und wir haben September. Also. Das Schiff ist in Hamburg angekommen. Wir verkaufen Nickel. Und hier haben wir auch nochmal Nickel. Verkaufen wir auch, oder? Das war jetzt gut. So. Und mit dem Schiff fahren wir jetzt hier wieder nach Rio Kupfer holen. Kann ich hier noch was tun? Klar. Ich kann jetzt noch Aktien kaufen. Das mache ich jetzt wieder. 115 gibt es noch. Und wir beenden den Zug. Und es wird Zeit, wirklich ein zweites Schiff zu kaufen. Das machen wir jetzt nochmal. Und diesmal passiert mir das nicht mehr. Hoffe ich. So. Was haben wir hier? Die Sparrow. Da verladen wir mal 50.000. Und wir schicken mal die Sparrow. Ja. Nach New York wieder. Angekommen in Rio. Oh. 51. Das ist nicht gut. Das sind schlechte Preise. Ganz schlechte Preise. Mist. Dann warte ich hier drei Tage nochmal. Auf Rede. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein. Okay. Kupfer 64. Perfekt. Verkaufen wir. Und wir fahren nochmal nach Grönland. 35. Ja. Das ist ein guter Preis. Wir verladen mal wieder etwas Kupfer. Und zwar die gesamte Produktion, würde ich sagen. Lagern. Wir haben immer noch Geld für das Schiff. Das ist wichtig. Was ist hier mit dem Kupferpreis? Immer noch nicht gut. Dann gehen wir mal weiter. Wann wird das Schiff ausgeliefert? In vier Tagen. Okay. Okay. 47. Noch nicht viel besser. Was haben wir hier? Der Preis ist jetzt auch nicht mehr so gut. Wir beenden Zug. Und wir verladen hier wieder Kupfer. Ist an Bord. Und schicken das Schiff wohin? Rostov. Da war der Preis auch relativ hoch. Wie sieht es jetzt hier aus? 43. Ja. Gut. Machen wir jetzt mal. Ah. Das war jetzt keine gute Idee. Okay. Passt auf. Wir nehmen jetzt wirklich einen Kredit auf. Wie viel können wir machen? 3 Millionen. In einem Monat rückzahlbar. Sonst wäre das jetzt gerade wieder schief gegangen. Ei, ei, ei. Hier muss man sich eigentlich konzentrieren. Gut. Wo schicken wir das Schiff hin? Was macht der Kupferpreis in London? 66. Ist super. Machen wir. Also Rio, London. Rio, London, Tokio. Da gab es auch mal ein Lied, oder? Und das dritte Schiff ist jetzt fertig. Das schicken wir jetzt direkt hier nach Grönland. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein. Aber jetzt. Also, wir verkaufen unseren Kupfer. Das ist mit Bauxite. Der Preis ist wirklich ganz unten. Das macht ja gar keinen Sinn mehr. So. Dann geht es von London wieder nach Freetown. Und hier. Und hier verladen wir das wieder. Perfekt. Und jetzt ist die Frage, wo verkaufen wir es? Ich probiere es wieder in New York. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein. So. Gucken wir mal. Ja. Machen wir. Verkaufen wir. Perfekt. 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 Was macht der Kupferpreis jetzt hier oben? Noch zu hoch? Na. Ich warte noch mal eine Runde. Aber ich schicke das Schiff auch schon mal wieder zurück. Okay. Der 28. Also, Freetown ist wirklich sehr zuverlässig, wenn es um Nickel geht. Auf nach Marseille. Und was macht hier der Kupfer? 59. Ja, okay. Ist in Ordnung. Bauxit 8. Mal gucken, was der Bauxitpreis hier macht. Immer noch 4. Lohnt sich nicht. Was ist mit Hamburg? 8 auch nicht. Und Nickel lohnt sich hier auch nicht mehr. Schaut mal. Okay. Das lohnt sich aber. Wir kaufen jetzt hier wieder. Baux ein. Lagern es ein. Und es kommt auch wieder. Kupfer an Bord. Und das schicken wir wieder nach New York. Oder ich probiere mal wieder Detroit. Und ich habe wieder den ersten Platz zurückerobert. Ich habe einen Umsatz von 21,9 Millionen Dollar gemacht. An zweiter Stelle der Simulator 4 mit einem Umsatz von 16,380 Dollar. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Kosten machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Kosten machen. Also Schiffskosten 19,423 Millionen. Das liegt daran, dass ich ja ein neues Schiff gekauft habe. Die Filialkosten liegen dann bei 1,28 Millionen. Die Lagerkosten bei knapp 400.000. Okay. Die Gesamtkosten lagen damit bei 21 Millionen. Und in 15 Tagen wird mein Kredit fällig. Aber das ist kein Problem. Ich habe genügend Geld. Super. Und ich habe hier auch super verdient. Schaut mal. 900.000 ist mein Gehalt jetzt. Dann investieren wir das nochmal. Aber leider. Ich kann keine Aktien mehr von mir kaufen. Schade, schade. So. Was könnte sich denn noch lohnen? Also, der hier scheint der größte Wettbewerber zu sein. Da kaufe ich mal 52 Stück. So. Mal schauen. Mal schauen. Wir sind angekommen in Detroit. Nein. Das hat sich nicht gelohnt. Also zurück nach New York. in der Hoffnung, dass der Preis besser ist. Da ist der Preis nicht besser. Aber hier dürfte der Nickelpreis gut sein. 48. Sehr schön. Verkauft. Bauxite 28. Hat sich hier nicht irgendwo noch Bauxite gelagert? Da ist es leer. Was ist in Hamburg? Nee. Auch leer. Ja. Da gab es nur Kupfer. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Also, von Marseille geht es dann nach Georgetown. So. Was macht hier der Preis? 64. Also, auf New York ist scheinbar Verlass. 66% hat das Schiff. 62% die Auriga 1. Ich glaube, ich muss mal wieder ein Schiff reparieren lassen. Ja. Ich mache das schon mal. Es sind auch nur 4,8 Millionen. Okay. Okay. So. Also, was haben wir hier? Ja. Nickel wird gekauft. Definitiv. Wo können wir es verkaufen? Hier nicht. Dann probiere ich wieder Marseille. Nein. Murmansk war doch super. Murmansk lohnt es sich doch. Hat sich jetzt nicht die Auriga reparieren lassen? Ähm. Jetzt bin ich etwas verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke mal. Ach, die Sparrow. Die ist jetzt im Dock. Hm. Da habe ich mich verklickt. Da habe ich mich etwas vertan. Ich dachte, ich hätte die Auriga wieder in den Dock geschickt. Na gut. Na gut. Dann nicht. Dann fahren wir hier nochmal nach Grönland und machen eine Tour. Okay. Was kann ich jetzt noch machen? Hm. Nix. Also. Wenn wir... 51, nein. Zu teuer. Aber wir verladen das und gucken dann, wo wir das Schiff hinschicken. Was macht hier... Oh ja. London. 66 Dollar. Das heißt... Kann ich sonst noch irgendwas machen? Nein. So. Angekommen. Und verkauft. Perfekt. Also bauen die denn gar nicht mehr in England? Warum ändert sich der Preis hier nicht mehr? Das ist echt doof. Der Kupferpreis ist immer noch zu hoch. Aber wir fahren mit der Auriga hier nach Freetown. So, Momansk. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Was ist eine Katastrophe? Nee. Das werde ich hier definitiv nicht verkaufen. Zurück nach Hamburg. Ihr habt gesehen, die Summe hat sich hier geändert. Heißt, ich habe meinen Kredit zurückgezahlt. So, Nickel. Verladen. Und... Ja. Ich probiere es mal hier wieder. Muss say. Angekommen. Da schauen wir mal. Nickel. 48. Super. Aber okay. Verdammt. Das war das Schiff, was im Dock war. Leider. Ich hatte gedacht, das wäre das Schiff, das jetzt möglicherweise schon mit dem Nickel hier den Hafen angelaufen hat. Das ist nicht der Fall. Okay. Das heißt, dann fahre ich mit dem Schiff. Ach, ich habe hier zwei Schiffe. Okay. Also, ich nehme die Sparrow. Und dann geht es wieder nach Freetown. Und die Auriga. Ja, da kann ich jetzt verkaufen. Das ist gut. Perfekt. Erledigt. Was macht der Kupferpreis hier oben? 35. 200.000 Tonnen. Wird gekauft. So. Und das Schiff fährt nach Grönland. Perfekt. So, was habe ich hier noch? Hamburg. Nickel 33. Ja, das geht einigermaßen. Verkauft. Und. Auch das Schiff schicke ich nach Grönland. Weiter geht's. Oh. Labradorsee. Der Fracht der Auriga wurde schwer beschädigt. Das Schiff ist nur noch zu 44% funktionstüchtig. Dann muss ich es bald reparieren. Ha, 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 ha. Äh, ja. Da ist leider nichts mehr zu reparieren. Ich habe gerade ein Schiff verloren. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Dann verladen wir hier mal wieder Kupfer. Die Auriga 2 gibt's noch. Verdammt. Das gibt's ja gar nicht. 66 Dollar in London. Wunderbar. Fahren wir hin. Ich schätze, es liegt daran, dass wieder die Winterstürme aufkommen. Und dann wird es gefährlicher. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Jetzt gehen wir zu Sparrow. und Nickel. Ja, wie immer. Und auf nach Marseille. London sind wir angekommen. Und wir verkaufen es. Perfekt. Und fahren wieder nach Grönland. Auch wenn's riskant ist. So. Die Monatsabrechnung. Oh, oh, oh. Was ist denn hier los? Simulator 1 hat jetzt einen Umsatz von 36,795 Millionen Dollar gemacht. Und Simulator 5 einen Umsatz von 28,2 Millionen Dollar. Das sind aber Riesensprünge. Also da bin ich jetzt ein bisschen baff. Da cheatet doch der Rechner, oder? Das kann doch nicht sein. Plötzlich so erfolgreich. Und ich? 23 Millionen. Auch nicht schlecht, aber trotzdem. Na, das finde ich jetzt nicht so gut. Das finde ich nicht so gut. Okay. Wir verladen wieder. Der Preis ist noch ein bisschen zu hoch. Und wir fahren... Moment. Ich gucke mal, was macht London? 66, jawohl. Wir fahren wieder nach London. Und haben wir Glück in Marseille. Oxid 28, Nickel 15. Nein, da haben wir keinen Erfolg. Was macht der Nickelpreis jetzt hier in Hamburg? 36, das ist besser. Also fahren wir mit dem Schiff jetzt nach Hamburg. Gut. Gut. Verkauf. Perfekt. 39, 135.000 Tonnen kaufe ich ein. Lagern. Und ich schicke das Schiff natürlich hier wieder nach Grönland. Auch wenn es riskant ist. Hat aber geklappt. Also. Verladen. Was macht der Preis in London? Immer noch 66. Na komm. Da wäre ich doch blöd, wenn ich das jetzt nicht machen würde, oder? Und das war jetzt gut. Der Bauxitpreis ist gestiegen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das war gut. Der Preis für Nickel ist jetzt gestiegen. Zwar noch nicht auf die 48, aber zumindest auf die 42 Dollar, die wir hier sehen können. Also verkauft. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Jamaika. In die Sonne. Ich verkaufe es wieder. Was macht der Preis? 55, zu hoch. Aber ich habe hier noch 117.000 Tonnen gelagert. Also fahre ich wieder hin. Oh, und wir müssen noch Geld investieren, sehe ich hier gerade. Dann machen wir das doch mal. 1 und 5 war ja ganz gut, ne? Die Preises haben hier echt angezogen. Was ist denn jetzt hier Simulator 1 und welches Simulator 5? Das finde ich jetzt echt nicht gut gemacht. Gibt es hier irgendeinen Trick, den ich hier nicht erkenne? Also, wir kaufen Maximum. Kaufen Ende. Kann ich noch was machen? Nein. Dann beende ich den Zug. Verladen. Und diesmal fahre ich nach New York. Die Sparrow ist noch unterwegs. Aber angekommen in Jamaika. Dort wird dann Bauxit gekauft. Aber erst schaue ich mal, wie der Preis hier ist. Kupfer 67 Dollar. Das ist gut. Und für Bauxit 8. Ah, das war gut, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Das war gut. Was macht der Kupferpreis? 47 zu hoch. Dann geht es hier runter nach Georgetown einmal. Und hier geht es mal nach Rio. So, hier wird wieder Nickel gekauft, aber 33 Dollar zu hoch lohnt sich nicht. Also zurück hier nach Freetown. Und fahren damit wieder nach New York. Und fahren damit wieder nach New York. So, was haben wir hier? Ja, das lohnt sich viel mehr. Mach Save. War ich schon länger nicht mehr. Und kann ich hier? Perfekt. Ich kann 67 Dollar. Wird verkauft. Wird verkauft. Ich errichte hier auch mal eine Zweigstelle. Was macht der Kufferpreis hier oben? Oh ja. Aha. Also, das lohnt sich hier in Grönland. Auch wenn es gefährlich ist. So, eingelagert. Und wir schicken das Schiff nach Grönland. Und benden den Zug. Und der Simulator 1 hat einen Umsatz von 24 Millionen gemacht. Und der Simulator 4 einen Umsatz von 22,475 Millionen. Und der Simulator 4 hat einen Umsatz von 22,475 Millionen. Wie hoch war unser Umsatz? 21 Millionen. Okay. Gar nicht so schlecht. Mit zwei Schiffen. Kann man nicht mehr kann, oder? So. Oh, wow, wow, wow. Das lohnt sich nicht. Was macht der Nickelpreis hier? Okay, Hamburg. Hamburg ist die Option. Fahren wir hin. Und hier verladen wir natürlich den Kupfer. Und wir kaufen auch hier nochmal ein. Und es geht wieder nach New York. Bisschen angekommen. 67 Dollar. Stabiler Preis. Das machen wir jetzt den Rest der Züge. Aber ich werde hier nochmal das Geld investieren. Das habe ich hier gar nicht genutzt, dass ich hier einen Kredit vergebe an einem Wettbewerber. Na, da kaufe ich hier mal ein paar Aktien noch. Gut. Gut, gut, gut. Kann ich irgendwas machen? Nein. Ich beende den Zug. Wir verladen hier wieder Kupfer. Der Preis lohnt sich nicht mehr. Was macht London? 66. Perfekt. Und wir sind in Hamburg angekommen. Verdammt. Verdammt. Der Nickelpreis ist eingebrochen. Wenn ich das jetzt verkaufe, ist es plus minus null. Das heißt, wir lagern es ein für bessere Zeiten. Preislich gesehen. Und wir fahren mit diesem Schiff. Wohin? Ich weiß es nicht. Oxid lohnt sich nicht mehr. Nickel lohnt sich nicht mehr. Kupfer lohnt sich bedingt. Schwierig. Auch hier hoch. London wird verkauft. Und wir schicken das Schiff auch wieder hier hoch. Und beenden den Zug. Wir verladen es. New York. Ah, die Auriga ist auch dort. Gut zu wissen. Dann wechseln wir hier. Und auch hier verladen wir es. Und hier geht es wahrscheinlich wieder nach London, oder? Jawohl. Dann machen wir das mal. Angekommen. Verkauft. Ja. Lohnt sich immer noch. Lohnt sich immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Immer noch 66 Dollar. So, und hier 67 Dollar. Alles klar. Und auch das Schiff schicken wir nochmal nach Grönland. Wir haben den 21. Dezember. Das Spiel ist gleich vorbei. In London angekommen. Wir verkaufen es. Habe ich hier noch Kupfer jetzt liegen? Noch 35 Tonnen. Ja, gut. Dann machen wir es noch einmal. Dann lagern wir es ein. Und das Schiff wird wieder nach Grönland geschickt. Au. Sparrow wurde schwer beschädigt. Nur noch 69% funktionstüchtig. Und auch die Auriga wurde schwer beschädigt. 55% funktionstüchtig. Okay, gut, dass das Spiel gleich vorbei ist. So, einmal nach New York. Und einmal. Ach, was war denn das? Habe ich das verkauft? Ja, scheinbar. Das ist ja doof. Ach, das war jetzt doof. Wobei. Wenn ich jetzt für 5,50 verkauft habe, war das eigentlich gar kein schlechter Preis, oder? Hm. Interessant. Gut. Ich glaube, ich werde jetzt nichts mehr groß machen. Ich warte darauf, dass die Sparrow nochmal ankommt. Aber das ist leider nicht der Fall. Also. Auch diesmal habe ich es nicht geschafft, den ersten Platz zu erreichen. Hier bei der Monatsabrechnung für Dezember. Simulator 1 hat einen Umsatz von 29.250.000 gemacht. Und Simulator 3 einen Umsatz von 26.575.000. Okay. Aber, meine Damen, meine Herren, ich bin Zweiter geworden. Das freut mich wirklich. Simulator 1 hat gewonnen. Kapital von 10.959.600. Mein Kapital liegt bei 7.930.350. Das ist das Geld, was ich eingesetzt habe, indem ich Aktien gekauft habe. Eigene Aktien, aber auch Aktien von Wettbewerbern. Und das ist das Ergebnis. Und ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber wenn ich vergleiche mit dem letzten Mal, wo ich Vorletzter geworden bin, habe ich doch einen Riesenschritt gemacht. Ich bin Zweiter geworden. Das freut mich echt. Ich habe langsam das Spielprinzip verstanden. Bei der nächsten Partie werde ich versuchen, andere Gebiete hier noch anzusteuern. Vielleicht nehmen wir auch nicht Hamburg als Heimathafen. Vielleicht nehmen wir mal was Asiatisches. Ich überlege es mir bis zum nächsten Mal. Aber das Spiel macht immer noch sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat, euch diese Sendung anzuschauen, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Spiel zu spielen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in die nächste Replay-Folge zu Cash hineinschalten würdet oder in eins der anderen Replays auf unserem YouTube-Channel bei dem Pretty Old Pixel. Und wenn ihr uns mal live erleben wollt, habt ihr jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Twitch die Möglichkeit dazu. Beim sogenannten Plätterabend könnt ihr Selma und mich dabei sehen, wie wir gemeinsam durch eine alte Computerspielzeitschrift plättern, über alte Spiele, über alte Zeiten und über alte Freunde sprechen. Das macht immer sehr viel Spaß. Und das machen wir auch nicht alleine, sondern das machen wir mit all den Zuschauern, die im Chat sind. Da gibt es immer eine sehr rege Beteiligung. Das macht es dann noch interessanter. Und da würden wir uns wirklich darüber freuen, wenn ihr auch dort mal einschalten würdet. Bis dahin bleibt mir wie immer nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.